Hallo liebe Sammler, das ist die kleine Sweetie. Mit amerikanischem Namen heißt sie Pocket Fall of Sweetness und das bedeutet so viel wie die Taschen voller Anmut, weil sie einfach so ein zuckersüßes kleines Puppenkind ist. Sweetie hat eine Vollkörpermodellierung mit Gelenken in den Knien, sodass sie also sitzen und auch stehen kann. Die Arme sind aus dem etwas festeren Weichvinyl. Ihr Gesichtchen ist sehr, sehr entzückend, ganz niedlich. Sie hat so ein hübsches Lächeln, sie guckt einfach so lieb und so treu mit ihren tiefbraunen Augen. Und sie hat wunderschöne rotblonde Haare. Sie trägt ein entzückendes Outfit, pink und weiß und blau und grün kariert und verziert hier mit Rüschen in pink-weiß gepumptet, hier nochmal mit kleinen Schleifchen an den Schultern, passende Unterhöschen. Dann ganz besonders die kleinen Taschen im Cupcake-Stil, also so kleine reich verzierte Zuckerkuchen sind das. Da sind bestimmt immer ganz viele Süßigkeiten drin. Dann hat sie passend dazu die weißen Söckchen, auch mit der pink-weiß gepumpteten Rüsche und süße Sandalen. Rundherum ein zuckersüßes kleines Puppenkind. Und ich bin mir ganz sicher, dass sie sich in diese Maus ganz schnell verlieben werden. Tschüss! Töne